hallo willkommen wieder beim landwirtschaftssimulator mal wieder sind wir in der tutorial liste und ihr seht schon wir wollen heute dreschen und raps dann gehen wir mal in den mähdrescher so ihr seht schon ein case manche nennen ihn auch roten trecker was ein bisschen komisch ist aber jeder sagt wie er es will so dann gehen wir mal in den anderen case traktor sieht ziemlich cool aus von innen sieht er auch gut aus echt klasse gemacht hier wie immer so gehen wir wieder zurück in den mähdrescher das licht an vorsichtshalber er ist erster ausklappen dann auf b und dann kann es auch schon losgehen hier ist es ziemlich gut gelungen wie es also wie er das dreht vorne und dann das rein nimmt das getreide oder den raps das ist ihm gut gelungen und auch das lenken des lenkrads dreht sich jetzt auch mehr nicht nur halb und dann hört es auf wenn man ganz dreht das ist schon gut gemacht auch hier unten ist wie sie das gemacht haben so gehen wir nochmal runter so der Rest hier der case der ist wirklich ziemlich schick da gab es glaube ich im landwirtschaftssitzender da 2013 nur als mod aber die haben das jetzt ja alles reingebauen den case und sowas alles ja und müssen wir auch gleich schon wieder abladen hier also entleeren den tank 68% sind es jetzt das war ist auch ziemlich lang wenn wir erst gleich ausfahren müssen wir ein bisschen aufpassen ja und ich hatte ja schon in der dritten folge von mir gesagt dass wir irgendwann also ich hatte ja schon eine map angefangen und da will ich das euch dann alles mal mal zeigen und dann dann äh will ich jetzt zeigen was ich da schon alles gemacht habe und da drehe ich dann auch immer meine Videos so jetzt müssen wir abladen so so das Rohr ist ziemlich lang ich stelle den Metrasch jetzt mal hier damit ihr auch seht wie der andere Trecker Case hier sich anhört und aussieht sieht ziemlich cool aus auch der Hänger dahinten dran ist so abladen ziemlich groß und ihr seht auch schon hier es ist nicht gleich verteilt ähm das wurde auch geändert dass es nicht in einer Ebene rauf fällt sondern dass es wie in echt aussieht dass wo er grad ablehnt dass es da auch hingeht und nicht gerade alles verteilt wird das haben sie auch wieder gut gemacht so oben rechts ist wieder die Tutorial Anzeige dann gehe ich mal wieder in den Mähdrescher und dann machen wir weiter gehe ich mal rein sieht man auch alles also man hat ja richtig gute Übersicht hier äh Kabine ja und das nächste Mal habe ich schon überlegt werde ich glaube ich im Tutorial wieder weitermachen in der Tutorial Liste und ich werde glaube ich Raps ähm ne ähm Mais werde ich glaube ich also ich werde die Tutorial häxeln dann nächstes Mal machen und danach werde ich glaube ich weiß nicht muss ich mir mal überlegen auf jeden Fall auch wieder geht es weiter in der Tutorial Liste aber so das Tutorial ist auch bald wieder zu Ende hier so dann 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 ist das Tutorial jetzt auch gleich wieder zu Ende seht ihr so und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und okay bis dann Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.